Guten Tag Herr Schleifnig, was haben Sie jetzt von Ergebnissen? Das ist jetzt dritte Woche, Heizkurper im Badezimmer. Sie wissen, wenn ich keine Heizkurper habe, das heißt keine Heizung, kein warmes Wasser, nichts. Was ist diese Firma überhaupt? Das ist der Name von dieser Firma. Wie heißt diese Firma, habe ich Ihnen gefragt. Okay, habe ich aufgeschrieben. Das ist jetzt dritte Woche, merken Sie es. Ich habe zur Kenntnis genommen. Gut, jetzt habe ich keine Zeit für Sie. Ciao.